Rik, wo bist du? Wir spielen heute Airtag-Fang. Und Alex hat genau 60 Minuten Zeit, um mich zu fangen. Ich bin jetzt weg, wir sehen uns. Was geht jetzt los, Leute? Oh, Scheiße. Direkt die Kamera an die Tür gehauen. Junge, 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 Junge. Oh, shit. Wir können da durch, wir können da durch. Ich hab ihn ein bisschen ausgetrickst. Alex steht dort vorne, ich bin einfach einmal um ihn herum. Ich bin jetzt schon auf der Puste, Leute. Ich glaub, er geht wieder zum Zoologischen irgendwo. Leute, um mir ein bisschen Zeit zu verschaffen, werde ich hier in eine Hochgarage gehen. Wenn Alex mich ortet, sieht er nur den Standpunkt. Aber er weiß nicht, in welcher Etage ich gehe. Ich befinde mich einfach hier durch die Einfahrt rein. Ich lauf hier hoch. Wow. Ey, passt mal auf. Einfach. Sicher. Ausausweis, ich hab wirklich Zeitdruck. Äh, Warenausweis. In der Tasche. Ja, zeig mal. Nein. Nein. Es ist wirklich wichtig. Nein. Sie retten mein Leben, ich bin sehr verfolgt. Ja, ich auch. Bäh. Nein. Sie haben einen Plan ruiniert. Ja. Wie komm ich hier rein? Okay, es geht los. Alter, es war eine halbe Ewigkeit. Ich würde sagen, wir laufen jetzt erst mal zu Fuß. Let's go, let's go. Ich muss ihm jetzt orten. Okay, okay, okay. Wo ist Rick? Hä? Leute, wir haben verkackt. Das geht schon mal nicht klar. Vielleicht ist eine andere Möglichkeit, hier reinzukommen. Scheiße. Okay, okay. Geiße. Noch eine Einfahrt rein. Das könnte sein. Das könnte sein, Leute. Wir müssen jetzt echt aufpassen. Ich hab keinen Parkschein. Er hatte gemeint, das brauche ich, um hier reinzukommen. Einfach selbstlos. Wo ist er? Fuck. Nein. Wir sind im Nebengebäude, das heißt, er muss da hinten nur sein. Okay, ich dachte, das wäre ein bisschen einfacher. Aber fuck, da geht's nicht lang. Wir verziehen uns jetzt ganz nach oben. Zum Irrenfall. Kurz runterkommen. Okay. Da lang. Ich glaub, da lang. Da lang. Wir sind jetzt ganz oben. Höchst illegal, was ich hier mache. Also, das solltet ihr bitte nicht zu Hause anrufen. Ich sag das jetzt einfach einmal. Dann wisst ihr es. Schaut euch das an. So, Leute. Entspannt. Hier ist er irgendwo. Ja? Ja? Der ist im Parkhaus. Jetzt bin ich wieder bereit für Action. Junge, 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 Junge. Ich fahr jetzt nur in den zweiten Schock, weil ich irgendwie Angst habe, wenn ich im ersten Jahr gehe, dass da der Sicherheitsmann ist. Das wäre Katastrophe. Ich höre da was. Ich höre da was. Ich seh keine Alex. Leute, da müssen wir raus. Ich lasse mal schnell über die Straße. Alter. Der ist jetzt im Parkhaus. Scheiße, Leute. Schaut mal. Ich kann doch nicht rausgehen, Alter. Da ist einfach Alex. Joosch. Nee. Scheiße. Ich weiß nicht, ob dieser Standort stimmt. Das Gute ist, man kommt von Osten nicht rein. Ich glaube, ich kann hier durchfilmen. Geht das? Ja, das geht. Da ist er, Alex. Der ist. Er wird jetzt vielleicht sogar versuchen, hier zur Tür reinzukommen. Mal gucken. Können wir da einfach durch? Komm, wir gehen da rein. Komm, wir gehen da rein. Komm, wir gehen da rein. Das ist so, da braucht man irgendwas dafür, dass er einfach da reingeht. Scheiße, ich geh nochmal in den ersten Stock. Ich geh nochmal in den ersten. Scheiße, ich stehe. Scheiße. Okay, Leute, ich geh raus. Ja, scheiße. Scheiße, Leute. Scheiße, Leute. Ich muss hier so dringend weg. Ich glaube, ich kann hier nicht landen. Ich bin da so anders. Boah, hier stinkt. Okay, okay, gleich. So noch gleich ganz oben. Rick, ich weiß, dass du hier bist. Ein bisschen hoch. Okay, wir gehen hier zu den Elefanten. Rick ist nämlich ein. Oh mein Gott. Ich hab eine andere Idee. Okay, ich werde in diesen Laden reingehen und mich einfach verkleiden. Fuck. Er ist woanders. Ich dachte echt, wir haben ihn fast. Okay, ruhig. Also für mich ist er jetzt wieder ... Also für mich ist er jetzt wieder ... Jungs, Mädchen. Hier lang. Ja, wir sind in der zweiten Etage. Ja, wir sind in der zweiten Etage. Er ist vier Minuten von uns entfernt. Rick, ich werde dich jetzt finden. Und jetzt ... Es ist so fucking heiß. Oh, da ist ... Okay. Rein da. Let's go. Hier rechts, hier rechts. Hier rechts, hier rechts. Okay, er muss da hinten sein. Oh, wir sind ganz nah. Wir sind ganz nah, Leute. Er muss da sein. Hier vielleicht? Ist er da drin? Er muss im Prime-Act sein. Okay, Leute. Also, er wird nicht bei der Frauenabteilung. Oder vielleicht schon. Easy. Die ist schon mal gekauft. Sehr gut. Mach mal die Kamera noch ein bisschen weg. Okay. 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 Ähm ... Entschuldigung. Ich finde meinen Bruder nicht mehr. Könnten Sie vielleicht eine Durchsage machen? Ja. Wie heißt er? Ähm, er ist 14. 14? Ja. Rick heißt er. Einfach vielleicht ganz kurz. Ich muss erst mal eine Superweise rufen. Danke. Der Nächste. Okay, Leute. Unangenehm. So. Okay. Okay. Das ist eine Kundendurchsage. Rick, bitte zu den Kassen ins Erdgeschoss. Wissen Sie, warum? Äh ... Ich weiß nicht. 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 Das ist eine Kundendurchsage. Rick, bitte zu den Kassen ins Erdgeschoss. Kommt jetzt schnell raus hier von der Axt. Wir brauchen jetzt unbedingt einen Roller. Was auch immer. Wir müssen hier weg. Wisst ihr, ich hätte erwartet, dass kleine Rick jetzt hier ist. Ich werde ihn aber jetzt finden und ihn zur Mama bringen. Meine Damen und Herren, wir sind erfolgreich entkommen. Ich habe hier einen vollgeladenen Roller gefunden. Ist jetzt hier irgendwo rechts. Aber er bewegt sich richtig schnell. Scheiße, Mann. Ich sterbe hier gleich. Leute. Ich glaube, ich kann ihn sehen. Ich glaube, ich kann ihn sehen. Aber mir zeigt es jetzt an, dass ich genau bei ihm bin. Ich weiß nicht, wie schnell das aktualisiert. Okay, es bewegt sich. Es bewegt sich mit mir. Schaut euch mal das an. Wie eine Schnecke. Warte mal. Ist das da hinten? Scheiße, warte, warte. Alter, der hat sich umgezogen. Deswegen, ich schwöre euch, ich habe ihn davor schon gesehen, aber ich habe die Klamotten nicht gecheckt. Rick, bleib stehen! Fuck! Scheiße, scheiße. Wir müssen uns einen Leim holen. Jetzt gehen wir das nicht hin. Ich werde jetzt schnellstmöglich diesen Leimroller loswerden. Dann werde ich eine Station mit der U-Bahn fahren und ihn komplett hops nehmen. Ich habe jetzt den genauen Standort von Rick. Wo sind wir jetzt gerade, Alter? Geht ihr irgendwo runter? Geht ihr irgendwo? Oh ja, wir sind an einer U-Bahn-Station. Okay, ganz ruhig, ganz ruhig. Wir verschwinden. Okay, 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 wir sind gleich bei ihm. Dann kommt die nächste U-Bahn. Wir sind gleich bei ihm. Und die nächste kommt direkt bei Licht einsteigen. Scheiße, drei Minuten, Leute. So, Angst, dass er jetzt gleich kommt. Wenn dieses Video 30.000 Likes bekommt, dann spielen wir das Ganze nochmal mit. Ich glaube, ich habe mich in eine Scheiß-Situation manövriert. Okay, okay, wir sind bei ihm. Er muss hier sein. Oh mein, Alter. Bitte, 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 bitte. Ein bisschen vorbeigefahren. Er muss aber hier sein. Nein! Da kommt jetzt seine U-Bahn. Das ist bloß die, wo man nicht einsteigen darf. Wo ist der Typ? Auf der Wiese irgendwo. Oh, der ist hier in der U-Bahn. Sorry, 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 sorry. Komm schon, komm schon, komm schon. Nach unten, nach unten, nach unten. Heutige Kommentar-Shoutouts gehen raus an Lulis, Lena. Was ist denn? Bahnsteig. Und Alia. Große. Große. Oh, Scheiße. Ich habe dich gleich. Ich habe dich gleich. Ich habe dich gleich. Ah, ich hab dich! Alles gut. Ich hab dich. Das, Rudi, das hab ich. Junge, Mann. Junge, ich dachte schon, du wärst in der anderen U-Bahn bin, aber die war einfach zu. Schreckt auf jeden Fall noch das letzte Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace.